Ich sage ja manchmal, danke lieber Gott, dass ich nicht so normal aussehe wie mein Publikum. Ja, ehrlich, der liebe Gott hat mir permanent einen Anlass gegeben, meine Lebensqualität zu erhöhen. Ist wirklich wahr. Ich war in einem sehr netten Hotel und ich kann ja im Hotel alles. Nur morgens beim Frühstück, um ein Brötchen aufzuschneiden, brauche ich so ein langes Brotmesser. Klemm ich unter den Arm, schneide auf. Hat es nur so ein kurzes Schmiermesser, da reicht die Kraft nicht, um das Brötchen aufzuschneiden. Und dann nehme ich natürlich einen Teller, lege ein Brötchen drauf, bin ich zur nächsten Servicekraft gegangen. Ich sage, entschuldigen Sie, würden Sie mir mal bitte das Brötchen aufschneiden? Die Dame sah mich zum ersten Mal. Ja, natürlich, das mache ich total gerne. Sagen Sie mir gerade, was Sie drauf haben wollen. Ich mache schnell alles fertig. Früher hätte ich dann gesagt, nein, nein, nur aufschneiden, den Rest kann ich alleine. Über dieses Stadium bin ich heute weit. Hör mal, wenn du schon eine Frau dadurch glücklich machen kannst, dass die für dich in der Küche Essen zubereitet, da willst du als evangelischer Pfarrer auch barmherzig sein. Ja. Ach, ich sage, das ist aber sehr freundlich von Ihnen. Ich hätte denn noch gerne ein bisschen Rührei und Speck, ein wenig Lachs, Carpaccio und Fisalis-Mousse. Ich bestelle immer die beklopptesten Sachen. Die Dame verschwindet in der Küche, kommt nach ein paar Minuten mit einem Tablett raus. Wenn das eine Schlachtplatte wäre, die könnte das Ding nicht mehr tragen. Und wankt so auf meinen Platz zu. Und ich denke bei mir, Reino, heute ist so ein schöner Tag. Heute genießt du deine Behinderung. Aber mal so richtig.